Liebe Zuschauer, unser heutiges Thema ist die Zeitrechnung der Römer. Im Alltag datierte man die Ereignisse in der republikanischen Zeit nach den jährlich wechselnden Konsulen. Nur in der Geschichtsschreibung konnte sich die Jahreszählung ab urbe condita seit Gründung der Stadt durchsetzen. Im Jahre 245 nach Gründung der Stadt Rom geschieht es, dass Tarquinius Superbus aus der Stadt vertrieben wird. Außer der Jahreszahl haben wir nur zwei unbekannte Wörter in dem Satz. Akzedit, es ereignet sich, es geschieht, expellere, vertreiben, verbannen. Im Jahre 245 nach Gründung der Stadt Rom geschieht es, dass Tarquinius Superbus aus der Stadt vertrieben wird. Jahreszahlen werden im Lateinischen ebenso wie Stunden mit Ordinalzahlen ausgedrückt. Im 245. Jahr. Ordinalzahlen werden wie die Adjektive der A- und O-Deklination behandelt. Primus Prima Primum der Erste, Secundus Secunda Secundum der Zweite, Terzius Terzia Tercium der Dritte, Quartus Quarta Quartum der Vierte, Quintus Quinta Quintum der Fünfte, Sextus Sexta Sextum der Sechste, Septimus Septima Septimum der Siebente, Octavus Octava Octavum der Achte, Nonus Nona Nonum der Neunte, Dezimus Dezima Dezimum der Zehnte. Auch die Zehnerzahlen werden wie die Adjektive der A- und O-Deklination dekliniert. Wir wollen hier nur noch die maskuline Form nennen. Undecimus der Elfte, Duodecimus der Zwölfte, Terzius Decimus der Dreizehnte, Quartus Decimus der Vierzehnte, Quintus Decimus der Fünfzehnte, Sextus Decimus der Sechzehnte, Septimus Decimus der Siebzehnte, Duodevicesimus der Achtzehnte, Undevicesimus der Neunzehnte, Vicesimus der Zwanzigste. Die Zehnerzahlen gehen regelmäßig weiter. Trizesimus der Dreißigste, Quartagesimus der Vierzigste. Anstelle der Endsilben, Ginta, die wir von den Kardinalzahlen her kennen, treten hier nun die Endsilben Gesimus, Gesima, Gesimum bis Centesimus der Hundertste, Ducentesimus der Zweihundertste, Millesimus der Tausendste. Sie finden alle Zahlen, die wir hier nicht genannt haben, im Begleitmaterial. Und nur noch eine wichtige Bemerkung zu den Ordinalzahlen. Dienen sie der Angabe von Jahreszahlen und Stunden, so stehen sie auf die Frage, wann, immer im bloßen Ablativ und nicht mit einer Präposition wie im Deutschen. Im Jahre 1976 nach Christi Geburt heißt Anno post Christum natum millesimo nungentesimo septuagesimo sexto. Das zeitliche Bezugssystem hier, post Christum natum, steht immer zwischen Anno und der Ordinalzahl. Selbstverständlich werden die Ordinalzahlen auch wie im Deutschen benutzt. Romulus primus, Numa pompilius, secundus, rex romanorum fuit. Romulus war der Erste, Numa pompilius der Zweite König der Römer. Grundlage der römischen Zeitrechnung war ursprünglich die Regierungszeit der Herrscher. In Rom wurden die Ereignisse zunächst nach der Herrschaft der sieben Könige datiert und dann nach den Konsulen. Das Jahr der Römer war ein Mondjahr mit zwölf Monaten und 355 Tagen. Wir verwenden die lateinischen Monatsnamen noch heute. Dieses Kalenderjahr musste immer wieder mit dem Sonnenumlauf in Deckung gebracht werden, und zwar durch Einschieben von Schaltmonaten. Dies geschah recht willkürlich, sodass der römische Kalender schließlich weder mit der Sonne noch mit dem Monde, sondern gänzlich ins Wilde ging, wie es der Historiker Theodor Mommsen ausdrückte. Cäsar bereinigte im Jahre 46 vor Christus diesen römischen Kalender, indem er das ägyptische Sonnenjahr einführte. Dieser julianische Kalender mit einem Jahr von 365 Tagen und einem Schalttag alle vier Jahre setzte sich bald in der gesamten Mittelmeerwelt durch. Erst im 6. Jahrhundert nach Christus schuf der Mönch Dionysius Exiguus die Zeitrechnung nach der Geburt Christi. Unter Papst Gregor XIII. wurde der julianische Kalender 1582 noch einmal modifiziert. Im Laufe von 400 Jahren fallen drei Schalttage aus. Mit dem julianisch-gregorianischen Kalender, der sich heute in weiten Teilen der Welt durchgesetzt hat, ist die größtmögliche Übereinstimmung des Kalenderjahres mit dem Sonnenjahr erreicht. Im Jahr 245 nach Gründung der Stadt Rom geschieht es, dass Tarquinius Superbus aus der Stadt vertrieben wird. Expelatur ist eine Form des Konjunktivpräsens Passiv. Der Konjunktivpräsens Passiv wird gebildet, indem zwischen Verbalstamm und Passivendung ein Moduskennzeichen eingeschoben wird. Analog zum Konjunktivpräsens Aktiv verschmilzt in der ersten Konjugation das Moduskennzeichen E mit dem Stamm aus Laut A zu E. Somit lauten die Formen von Amare Amer, ich werde geliebt, ich möge geliebt werden. Ameres, du wirst geliebt, du mögest geliebt werden. Ametur, ersi es werde geliebt, ersi es möge geliebt werden. Amemur, wir werden geliebt, wir mögen geliebt werden. Amemini, ihr werdet geliebt, ihr möget geliebt werden. Amentur, sie werden geliebt, sie mögen geliebt werden. Amer, Ameres, Ametur, Amemur, Amemini, Amentur. Das Moduskennzeichen der zweiten, dritten und vierten Konjugation lautet ebenfalls analog zum Aktiv im Konjunktivpräsens Passiv A. Sie können nun die Formen von Monere entsprechend selber bilden. Moniar, Moniaris, Moniatur, Moniamur, Moniamini, Moniantur. Analog lauten die Formen von Audire, Audiach, Audiaris, Audiatur, Audiach, 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 Audiamini, Audiantur. Ebenso werden die Formen von Legare gebildet. Die Römer teilten den Tag vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in zwölf gleiche Abschnitte ein. Sehen wir uns den Tagesablauf eines Dichters an. Salutant, Sie begrüßen, Sie machen Ihre Aufwartung. Wer begrüßt? Klientes, die Klienten. Wen begrüßen Sie? Patronum, den Patron. Wann? Prima et Secunda Hora, in der ersten und zweiten Stunde. Wir hatten gesagt, dass auf die Frage, wann, der bloße Ablativ steht, wir aber mit einer Präposition übersetzen müssen. In der ersten und zweiten Stunde machen die Klienten dem Patron ihre Aufwartung. Aguntur, Sie werden geführt. Dritte Person Plural, Indikativ, Präsenz, Passiv. Wer? Cause, Prozesse. Wann? In der dritten Stunde werden Prozesse geführt. In Quintam Horam, Roma Varius Labores Extendit. Extendit, er sie es dehnt aus, lässt andauern. Wer? Roma, Rom, gemeint ist das Leben in Rom. Wen oder was? Varius Labores, verschiedene Mühen, Strapazen. Hier steht die Zeitangabe im Akkusativ mit der Präposition in. In Quintam Horam, bis in die fünfte Stunde. Bis in die fünfte Stunde lässt das Leben in Rom verschiedene Strapazen andauern. Poeta optat, ut septima hora labores finiantur. Poeta optat ist der Hauptsatz, auf den ein mit ut eingeleiteter Nebensatz folgt. Poeta optat, der Dichter wünscht. Ut finiantur, dass sie beendet werden. Dritte Person, Plural, Konjunktiv, Präsens, Passiv von Finire, beenden. Wer oder was? Labores, die Mühen. Wann? Septima hora, in der siebten Stunde. Der Dichter wünscht, dass in der siebten Stunde die Mühen beendet werden. Nona hora, ad zenam, invitatur. Invitatur, er wird eingeladen. Zu wem oder was? Ad zenam, zu einem Mal. Wann? Nona hora, in der neunten Stunde. In der neunten Stunde wird er zu einem Mal eingeladen. Dezima hora, libros promit. Promit, er, sie, es, holt hervor. Wer? Er ist im Verbum enthalten. Wen oder was? Libros, Bücher. Wann? Dezima hora, in der zehnten Stunde. In der zehnten Stunde holt er seine Bücher hervor. Und damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.